Wir ziehen durch die Straßen und die Clips dieser Stadt Es ist unsere Nacht, wir fühlen uns beide gemacht Ich schließe meine Augen Knutschfleck von Nicole Warum ausgerechnet von Nicole? Vielleicht waren es ja Elisa und Nicole Leute, hat er eine Krankheit? Ja, ich fühle mich zu viel sicher angezogen Dann bist du hier genau richtig Ich bin bischisch Volkan hat mehr Weiblichkeit als Mehmet Bischisch Die passen so gut zusammen Passen wir gut zusammen? Nein Warum? Darum Weil ich einen zu großen Pfirsich habe Mehmet und Mehmet meinst du? Okay Leute, dass ich ein Mehmet bin, wissen wir ja wirklich alle Aber findet ihr, er ist auch ein Mehmet? Ich sehe uns wie ein Bipisch Ein Bipisch Ein Bipisch Gönn mal bitte Volkan oder Elisa Okay Leute, wenn ihr was wollt Hier ist mein Pfirsich Wie findest du meine Gönnung? Schicht Hochschicht Wer von euch kann das Am besten? Gucken wir mal Elli mach mal Bipisch 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 Was machst du da? Ich bin nach Hamburg gekommen Zum Gönnversuchen Genau Damit die beiden mir endlich gönnen Ich wollte das mal live sehen und dich immer über Kamera Also Leute Bipisch 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 Boop!